Ah, Nachladen. Entschuldigung. Hä? Wom geht das denn nicht? Was? Warum denn? Oh, ist der schon vorgelaufen. Der ist bestimmt vorgel... Nein! Nein! Alter! Na, boah, fick dich doch ins Knie, Alter. Ey, das schaffen wir doch niemals, ey. Gibt's nicht, Alter. Ich muss hier in die Deckung gehen. Was? Ey, ich hab doch... Wie viel Leben hab ich denn noch gehabt? Bitteschön. Was geht da denn ab, ey? Das ist doch unnormal. Hä? Ich hab doch den ganzen Lebensbalken noch voll gehabt. Aber fucker, Alter. Okay, der ist weg. Das ist aber kacke mit dem Nachladen hier. Waren wir sie alle da? Da hinten ist noch alle. Okay. Mal kurz die andere Wache nehmen. Hier, zack. Okay, weiter geht's. Weiter noch vorkämpfen. Das gibt's nicht, ey. Ey, wie lange hält die das denn auch gleich aus? Boah, ist die geschändet, Alter. Guck dir das mal an, ey. Der kleine Fotzen, ey. Don't you lay a finger on me! Fuck you. Oh, no, no, no. Mal kurz... Ne, aus Deckung wieder rausgehen. You're gonna be fine, Barney! There is a lot of them. Ich haben wir auch. Okay, warte, 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 dahinter ist einer, ne? Oh, no, 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 no. Nein, ist doch noch einer. Die haben wir auch. Okay, jetzt aber schnell, komm. Alter, komm, befreie Bonnie, befreie Bonnie. Und oben hin, zack. Bonnie, bist du okay? Ich bin gut, Mr. Morrison. Danke. Danke. What the hell took you so long, you stupid man? Well, you weren't exactly helping me. If you think I'm gonna lower myself by making a joke about being all tied up, you got another thing coming. Come on. Was? Jetzt hat die mir... Genau, ja, guck jetzt nachdenklich. Hat die mich jetzt gerade... ...gar nicht gelobt, sondern irgendwie angemeckert? Okay, komm, wir werden erstmal hier ein bisschen looten. ...plündern. Weil die gibt's ja genug. Sollte man auch nutzen. Sind die alle tot? Alter Vater, ey, war das knapp. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich zu spät gekommen wäre? Bestimmt Missionen gescheiter. Wetten? Nicht hier noch einer? Die hab ich doch schon aufgesammelt. Ach, oben, über mir. Okay. Das gibt's nicht, ey. So verfluchte Wichser, ey. Mein Mädel. Und dann meckert sie mich nur an. Mir waren die Hände geboten, kein dummer Spruch. Und blablabla. Nächstes Mal kriegst du überhaupt keine Hilfe, ey. Da kannst du mal baumeln. Wollen wir erstmal Pferdchen kommen lassen. Scheiße, ey. Das war echt hammer nett von der. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hinreiten. Wo sind wir eigentlich? Boah, sind wir weit weg, ey. Boah. Alter. Ah, da war. Nein? Genau, ich wollte mal kurz im Journal nochmal gucken. New Austin war das genau. Das finden wir ja nicht auf der Karte. Weil ich nicht weiß, wo New Austin ist, ey. Äh, jo. Dann reiten wir am besten mal wieder. Zack. Nach Amadillo. Das war... Das war wieder ein langer Weg. Aber gut, kann man nichts machen. Das gibt's nicht, ey. Meckert die mir an, ey. Na gut, das ist auch ein Ding mal aufgedreht. Was ist da hinten denn? Ist das der Zug? Jo, ist der Zug. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Naja, gut. Oh, ist das hier warm, ey. Aber ich möchte ganz ehrlich das mal sehen. Mit dem, mit der Schatzkarte, ey. Was man auch für einen Schatz da findet. Weil ich kann ja nochmal kurz gucken. Da, sieh dir die Karte an und versuche herauszufinden, wo New Austin der Schatz sein könnte. Öffne deine Tasche und wähle aus dem Setmittel die Schatzkarte. Jetzt nochmal die gute Frage. Wie konnte ich das nochmal öffnen? Das ist jetzt langweilig. Das war das. Das war das. Das war das. Das war das. Wo war denn nochmal der Knopf? Da war der, genau. Da ist die Schatzkarte. Kaninchenfote. Einfaches Camp. Könnte ich bestimmt auch öffnen. Gucken wir uns nochmal die Karte nochmal an. Ja. Mhm. Ja. Und das sagt mir überhaupt gar nichts, ey. Das ist gut bergig im Hintergrund, ja. Aber. Keine Ahnung, ey. Und überall Berge. Aber wo? Warte mal. Auf den Schildern. Kann man da vielleicht lesen? Weil New Austin. Oh, das kann natürlich sein, dass New Austin. Können wir nochmal kurz gucken. Machen wir mal kurz. Ganz weg, ganz weg. Wie ist der Sheriff jetzt da unten? Ah, der ist ja der eine Typ, ja. Keine Ahnung. Das ist bestimmt die ganze Karte, oder? Ich habe keine Ahnung. Ist egal. Ach, genau. Wir wollen ja kurz mal auf den Schild gucken. Ob man da was sehen kann. Oh, ist das. Äh, Red Stilandfrog. Tumbleweed. Nö. Pferdchen. Genau, wir wollen weiter. Mir ist mal aufgefallen, meine Summails, die ich mache, dass die meisten davon alle zu der Uhrzeit aufgenommen werden. Also halt hier Nacht im Spiel. Voll scheiße, ey. Ich habe ein paar, die tagsüber sind, die meisten alle nachts. Ich weiß auch nicht, wie ich die heller machen kann. Na, ist auch egal. Und so lang, da merke ich. Ich war verdammt müde, ey. Schon eine Nacht. Oh, langer Tag gewesen. Gestern. Viel gearbeitet. Und da dachte ich mir, nimmst du mal auf. Brauchst du auch noch ein bisschen Stuff, ne? Für die nächsten Tage. Und, äh, ja. Gut, wenn ihr das jetzt seht, ich weiß gar nicht, was für ein Tag das dann ist. Warte mal. Eine Stunde neun habe ich jetzt aufgenommen. Ja. Ähm. Vier Folgen. Wenn ich jetzt... Vor drei Tagen waren wir, also am Dienstag, vor drei Tagen, also Dienstag, ne, waren wir... Ah, ist auch egal, was für ein Tag eigentlich. Waren wir auf jeden Fall im Computerladen, wo wir unsere neuen PCs kaufen. Und, ähm, wenn ihr mich jetzt hört, weiß ich jetzt immer noch nicht, ob es geklappt hat. Mit den Dingern. Und wir wollen ja einen neuen Rechner haben. Böhr und ich. Und, ja, mal gucken, ob es klappt. Von der ganzen Finanzierung und so. Weil die werden schweineteuer, die Dinger. Komm, absteigen und ab ins Bettchen nochmal. Nochmal ein bisschen gut schlafen gehen, ne? Bevor wir das gleich in Real Life machen, wollen wir jetzt erstmal kurz hier ein bisschen schlafen gehen. Und nochmal... Genau, im Bett. Und dann eine Geistertür haben wir da. Ach komm, wenn wir das machen. Und überschreiben das. So, was machen wir jetzt als nächstes denn, ey? Also ein paar München haben wir ja noch. Gucken wir nochmal auf die Karte. Zum... Ah, zu dem Typen. Oder wir können natürlich auch mal wieder hier... ...dat machen. Genau, zum Fragezeichen gehen wir jetzt mal hin. Das war doch eine Frau, die ihren Sohn sucht. Und die braucht ja meine Hilfe. Und das wollen wir mal jetzt auch mal irgendwann mal erledigen. Ach, beim Scheriff ist sie? Nächster, ist ein anderer Job. Die ist weg. Sie ist weg. Sie ist weg. Meine Frau. Sie ist weg. Sie sind weg. Sie sind weg. Sie sind weg. Sie sind weg. Sie haben sie. Die Geschichte sind wahr. Was hat die Polizei damit gemacht? Oh, so viel wie Sie erwarten können. Sie hat mir keine Form gemacht. Beryl ist nicht stark, aber sie ist eine gute Frau. Ich werde sehen, was ich kann. Armer Kerl. Was war das denn gerade? Okay, Fettchen, komm her. Seine Frau suchen. Okay, ich denke mal, dann ist das mit dem Sohn gegessen. Das ist denkmal tot. Jetzt kriegen wir einen neuen Job. Wo müssen wir nochmal hin? Ah, da oben hin. Einmal umdrehen. Boah, ich kann das ja mal nicht. Und dann geht's los. Ja gut, wenn so eine Frau verloren geht, gerade hier im Wilden Westen. Da ist ja ein hartes Klima gewesen zu der Zeit. Gut, war überall zu der Zeit ein hartes Klima auf der ganzen Welt. Aber Wilder Westen und so, das war denkmal doch schon richtig extrem. War zwar auch denkmal das Freiheitsgefühl, was heutzutage die Motorbike-Fahrer haben. die mit ihren geilen Harley-Davidson und wie sie nicht alle heißen rumcruisen. und ja. Aber sind wir überhaupt richtig? Haben wir den richtig gesetzt? Ah, jetzt müssen wir gleich da hoch. Nein. Machst du die Bahn schielen? Höh? Unter Tunnel? Kann das sein? Na komm. Jetzt finden wir gleich bestimmt wieder nur einen Schuh oder sowas. Da ist es. Da ist die Markierung. Bubbe, bis hier geht es aber steil runter, mein lieber Scholli, ey. Da. Ich sehe zwar jetzt noch nichts. Na, 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 das ist genau das gleiche wie beim letzten... Ist das ein Arm? Das ist ein Arm! Scheiße. Und wieder nichts gefunden. Abgeschlossen. Joa. Pfff. Wie beim letzten Mal doch. War auch fast die gleiche Stelle, oder? Let's go! Bisschen sehr komisch. Na gut, das war's. Warten wir mal wieder zurück. Ah, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir für den nächsten Auftrag uns annehmen. Das sind die Henning's Rock. Ja. Da gibt es auf jeden Fall nichts zu holen. Wir können natürlich wieder zu Seth reiten. Das machen wir auch. Der Typ finde ich so geil, ey. Pfff. Pfff. Ja, mein Schatz. Komm näher! Warte mal. Oh, das ist das! Da ist ein... Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Wir gucken jetzt ganz kurz nochmal. Ne, warte mal. Wo war das nochmal? Äh... Hopp. Ja.